Hier präsentieren wir zwei neue Wannenmodelle Biston. Wir haben eine Wandausführung und haben eine freistehende Ausführung, wie jetzt hier auf der Messe gezeigt. Vorzeit ist einfach dabei, kommt nicht neuer Werkstoff, auch mit Applikationen in Form von Ablagefächern, wo ich einfach die Utensilien, wenn ich mein Bad genießen möchte, für ein Buch, um für Musik einzuspielen, einfach Ablagemöglichkeiten habe, um mich wirklich in der Wanne zu entspannen.